Hallo und recht herzlich willkommen liebe Playstation 4 Freunde, mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit einem Livestream auf dem YouTube-Kanal ihrer Wahl und zwar am 28. Dezember, heute ist ein Mittwoch, lese ich gerade um 21 Uhr, 21 Uhr 1, fast pünktlich, beziehungsweise ich sag ja immer so ungefähr, circa gehen wir online, aber hat ja eigentlich ganz gut gepasst heute. Solltet ihr das nicht am Mittwochabend, den 28. Dezember um 21 Uhr sehen, dann ist es nicht live. Solltet ihr das jetzt um 21 Uhr sehen, dann herzlichen Glückwunsch, BroFist, ihr seid live mit dabei. Wie wir den DLC von Last of Us, ich wollte gerade die Hülle ins Bild halten und dann fiel mir ein, nein, das ist ja die falsche Hülle, denn Last of Us habe ich ja runtergeladen. So, und nachdem wir im letzten Livestream auf grandiose Art und Weise Last of Us Remastered beendet haben, haben wir immer noch die Option, einen DLC zu spielen, der sich einzig und alleine um Ellie drehen wird. Was haben wir hier für Trophäen im Trend, Aktivitäten? Gibt's ja eigentlich sowas wie Headshot-Trophäen oder irgendwie sowas? Oder In-Game? Irgendwas? Ich weiß es nicht, ich starte schon mal. Auf jeden Fall gibt's einen DLC, der sich noch um Ellie drehen wird und den werden wir uns heute mal angucken und der nennt sich eben Left Behind. Ich werde das genau wie die Tage zuvor auch machen und zwar werde ich jetzt, Achtung, achten Sie bitte jetzt auf die Webcam, welche Taste war es? Ich glaube diese. Ich werde die Webcam ganz klar ein bisschen kleiner machen, damit ihr so, damit ihr ein bisschen mehr vom Spiel seht. Umblick da, also ab jetzt, ab da, ab hier, ab da, gibt's jetzt Gameplay zu sehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, ich guck mal, wer so da ist. Hallo, 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 guten Abend, hallo, 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 guten Abend und hallo. So, läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. So, ich persönlich freue mich da jetzt gerade einfach mega drauf, weil mir der Livestream zu Last of Us, das haben wir in fünf Tagen durchgeballert, mit Livestreams immer so bis zu vier, viereinhalb Stunden, öfter mal. Ich finde unglaublich, wie man das an fünf Abenden durchzocken kann mit euch gemeinsam und ich fand's einfach mega grandios, mega spannend, es ist irgendwie immer mega viel los gewesen im Chat und so weiter und das ist ja zum einen ein mega emotionales Spiel, also wo es wirklich ja abgeht wie, soll ich das sagen, wie Schmitz Katze geht das Spiel ab und dann warst du ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist, weil ich habe keinen, keinen adäquaten Nachfolger parat. Also das jagen kann, ey, wisst ihr was? Und jetzt noch Last of Us kommt natürlich im gleichen hohen Qualitätsniveau des Games. Gibt's einfach nicht. Ich finde, Last of Us ist relativ einzigartig in seiner Art und Weise und in der Qualität, wie das Spiel sich spielen lässt, wie die Handlung verläuft, wie es ausschaut und so weiter und so fort. Grandioses Spiel, ganz, ganz schwer zu toppen. Deshalb, wenigstens schön, dass wir nochmal ein oder zwei Abende mit Left Behind ganz einfach dranhängen können. Ich weiß nicht so genau, was das ist, wie lang es ist. Ich schätze mal, es ist so vier, fünf Stunden lang. Vermutlich zu lange für einen einzelnen Mittwochabend, aber an zwei Abenden werden wir das vermutlich durchhaben. Leider. Es könnte von mir aus gerne nochmal 20 Stunden dauern. Eine Statistik gibt's hier nicht, ne, in diesem Spiel, dass man irgendwie sehen kann, was man für Stats gehabt hat in Last of Us, oder? Nein. Ich glaube nicht. Ich zieh nochmal Nase hoch. Spiele eine Nebenstory, die während der Ereignisse von Last of Us stattfindet. Warnung. Nur empfehlen. Empfohlen. Lesen kann er nicht. Nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Haben wir ja. Solltet ihr jetzt eigentlich mittlerweile auch haben. Ich werde mal meine beiden Handys auf lautlos machen, damit zwischendurch hier keiner anruft und uns stört. Ich hoffe, denkt bitte daran, das ist hier wie im Kino. Bitte Handys auf lautlos. Dass keiner euch stören kann, während wir hier schön spielen werden. So. Hallo, 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 hallo. Ich hoffe mal, es ist synchron. Wir hatten neulich einmal eine Sitzung, eine Sitzung, eine Spiele-Sitzung, ein Stream, bei dem der Klang nicht synchron war. Da musste ich nochmal neu starten, damit sich das irgendwie refresht auf YouTube, damit es wieder, ähm, genauso lief. Jetzt geht's einfach mal los mit Left Behind. Viel Spaß dabei. Möchtest du während des Spiels Tutorial-Tipps angezeigt bekommen? Ja. Es ist eine Weile her, ich würde gerne nochmal Tipps zur Steuerung gehalten, denn ich bin ein totaler Kack-Noob und zwei Tage ist mir wirklich zu lang, als dass ich die Steuerung noch intus hätte. Oder nein, ich kenne die Steuerung, denn ich bin ein total überheblicher Let's Player. Es kann losgehen. Natürlich. Leicht, normal, schwer, überlebender, erbarmungslos, ich spiele es wie immer. Einfach mal auf normal. Speichern, neue Spieldaten. Schönes. Jetzt habe ich vorhin schon gefühlt vor zwei Minuten viel Spaß gewünscht und jetzt muss ich hier erstmal tausend Knöpfe drücken. Jetzt aber. Viel Spaß dabei. Der Exexor, vielen, vielen Dank. Das passt ganz gut, die Katze mit dem Lensflare und dem Staub-Effekt, oder? Danke an dich. Auch perfekte Zeiten mit der Ladesequenz getroffen. Sony Computer Entertainment präsentiert. Sind das Fireflies? Ja, komm. Was sind das für Typen? Ich glaube, hier sind wir sicher. Naughty Dog. Naughty Dog. Riley? Au. Voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ja. Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste drei Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unheimlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das überlebt doch keiner, oder? Alles gut, Cuin. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis? Pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. The Last of Us. Left Behind. Kurzer Hinweis. Für alle neuen Zuschauer. Wobei, es sind ja meistens keine neuen Zuschauer. Normalerweise sind ja Leute, die schon öfter beim Livestream dabei sind. Das ganze Spiel, Last of Us und vermutlich auch der DLC Left Behind ist relativ storybasiert. Die meisten von uns wissen, was da passiert. Viele haben das Spiel selber gespielt. Viele haben den DLC selber gespielt. Aber nicht alle im Livestream, nicht alle im Chat kennen den Verlauf des Spiels, beziehungsweise des DLCs. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr der Meinung seid, ihr müsstet Inhalte des DLCs spoilern, werde ich oder die Ehrenwerte Gohin euch ganz einfach vom Chat und vom Kanal verbannen. Das ist nicht böse gemeint, aber wir sind halt der Meinung, als Zuschauer, als Moderatoren oder ich auch als Livestreamer, dass Spoilern innerhalb eines sehr storybasierten Games absolut das Allerletzte ist. Vielen Dank für euer Verständnis. Jetzt geht's weiter. Das war geschafft. Wie geil das ist, ne? Wie geil das ist, dass wir jetzt wieder mitten im Spiel sind. Wie geil das ist, oder? Oder sehe ich das nur so? Absolut awesome, fantastisch. Warum haben sie da nicht nur 73 DLCs herausgebracht? Oder 87? Oder von mir aus auch zumindest mal drei oder so. Ja, also so ein bisschen, dass wir das noch ein bisschen spielen könnten. Das wäre doch wirklich großartig gewesen. Ich glaube ja auch irgendwie, dass das eigentlich Part des Hauptgames war, was wir jetzt hier spielen. Und dass das aus irgendeinem Punkt, aus irgendeinem, was weiß ich, Spiel zu langen oder das Level war noch nicht fertig oder irgendwas stimmt da nicht, dass das vielleicht rausgeflogen ist und dass man das dann hinterher wieder mit in den DLC mit hineingebracht hat. Ich glaube nicht, dass das so plant war, dass man gedacht hat, oh, da können wir jetzt schneller mal was machen. Das glaube ich irgendwie nicht. Was ich als erstes machen werde, ist so ein ganz klar ein bisschen die Ecken luten. Das haben wir wahrscheinlich schon die meisten erkannt. Ich habe halt jetzt einfach, oder ich gucke jetzt einfach, ob es rechts und links hier irgendwas zu finden gibt. Denn Ellie ist ja normalerweise eher so ein bisschen schwach auf der Brust. Und geht relativ schnell down. Also so Medipacks oder sowas würden ihr schon ganz gut tun. Bis heute zumindest jetzt, glaube ich, zum Anfang des Spiels, ein bisschen schwieriger auf Kommentare einzugehen. Weil es ja einfach viel zu tun gibt, glaube ich. Ich habe... Toll, ich habe... Ich bin mega bewaffnet, wie ihr sehen könnt. Ich habe echt alles unter Kontrolle. Vielleicht kann ich jemandem drohen, dass ich sage, ey. Ich habe eine leere Knarre. Das muss doch irgendwas geben, Mann. Nichts nirgendwo. Vielleicht hätte ich mir nochmal die Tipps für die Störung einblenden lassen sollen. Nirgendwo, nirgendwo, oh mein Gott. Dabei können wir hier schon ganz gut sehen, am Aufbau des Areals, dass das hier auf jeden Fall eine Fighting Area ist. Also wo es irgendwie kampfmäßig abgehen wird. Kein Türknopf geht also auch nicht auf. Klicker. Noch zu weit weg, für ehrliches Gehör. Aber wir können sie schon wahrnehmen. Ist ein Verhältnis von der Spiellautstärke zu meiner Tonlautstärke okay? Falls ihr da ein Feedback zu habt, könnt ihr das kurz in den Chat reinschreiben. Ich beäuge das immer so ein bisschen nebenbei. Was ihr da zu sagen habt. Vielleicht ist es einfach um die equipped dazu. Kombination erforderlich Also Müssen wir irgendwo die Kombination herbekommen Entweder liegt irgendwo eine Leiche Vom American Princess Das klingt fantastisch Wir nehmen auf jeden Fall schon mal einen Ziegelstein mit Sehen wir mal ehrlich besser als nix Sieht ja eigentlich relativ sicher aus Also zumindest Keine Klickergeräusche Keine Angreifer Das kann nur Joel gewesen sein Ich wollte gerade sagen, da hinten steht einer Weil das ist so ein Apothekerschild Please read 35, 30, 31 Bitte lesen Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen Hab ihn ziemlich schwer getroffen Er ist bewusstlos Hab ihn im American Princess Laden Hab ihn im American Princess Laden Niemand eingesperrt Das bedeutet, wenn wir gleich aufmachen Werden wir also erstmal irgendwie ein bisschen Stress bekommen Merkt euch bitte die Kombination 35, 30, 31 Ich werde das im Lauf des Spiels noch abfragen bei euch Nix Wirklich nix sonst Oh Dankeschön Mr. Methyl spendet 10 Euro Vielen Dank an dich Und gleichzeitig Scherenklingen finden Besser kann der Abend gar nicht werden Dankeschön Ich gehe jetzt hier rein Ich bin eine mutige Ellie Oh komm schon Ein Verbandskasten Wie zum Teufel komme ich da rein? Wir brauchen einen Schlüssel Und den Schlüssel hat vermutlich der verrückt gewordene Typ Der nebenan eingesperrt ist Während ich Gottverdammt nochmal Nur eine einzelne Abgebrochene Messerklinge besitze Also wenn er nicht komplett mutiert ist Dann könnten wir ihm ja zumindest Den Stein an den Kopf werfen Und ihn mit dem Messer killen Wenn er aber schon sehr mutiert ist Dann könnte das schon übel und knapp ausgehen Für uns Wo ist das? Krücken Wenn wir so eine Krücke mit Können wir ihm über den Kopf hauen Habe ich irgendwo was übersehen? Wahrscheinlich Wahrscheinlich die Hälfte Die wichtigen guten Sachen Habe ich wahrscheinlich übersehen Da ist noch was DVD Was war das für ein Spiel? War das Max Payne 2? Oder was stand da jetzt drauf? Oder war es Uncharted 2? Ich habe es nicht gesehen können Ging zu schnell Wenn ihr das gelesen habt Schreibt mal rein Das ist ja müßig Dass sie immer Nichts findet hier Okay ich würde sagen Wir gehen rüber Ja es war das Dover King Lied Das kommt daher Dass ich Ursprünglich wo ich jetzt wieder Livestream angefangen habe Vor zwei Monaten Einfach immer nur Skyrim gespielt habe Und da gab es dann als Donation Lied Das Dover King Lied von Bina So bitte jetzt nochmal alle Schnell den Code reinschreiben Ich weiß ihn nicht mehr Doch ich weiß ihn noch Ich weiß ihn noch 35, 31 So ich hoffe ihr habt das richtig geschrieben 35 rechts 30 links 31 rechts Funktioniert Okay Hallo Mr. Apotheker Oh toll ich kann ja echt schon super viel bauen Mist Sporen Wenn du die Absicht hast Nicht anzufallen Dann mach's doch einfach Wir leben lieber in Stein Oder Komisch ist ja Dass wir ihn gar nicht hören Ich frage mich Ob wir die Flasche werfen sollen Um ihn irgendwie aus der Ecke zu locken Und ist auch einfach irgendwo weiter hinten im Laden eingesperrt Und der Typ hat nur Puppen verkauft Der wäre mir von vornherein geruselig gewesen Wahrscheinlich auch ohne Mutation Danke an den Gimlin Für 5 Euro Dankeschön Okay Das hat man ja eigentlich erwartet Ich hab aber mehr erwartet Dass er so Irgendwie so versucht den Kopf zu beißen Schlüssel Schlüssel Apotheke Los geht's Schlüssel Apotheke Los geht's Und eine Nachricht noch Okay Denk an mich Werde ich vorn bin Ich werde dich vermissen Aber nicht zu sehr Was ist das denn für was Ich werde dich vermissen Aber so richtig tolle nicht Das ist ja auch eigentlich Naja So Wenn wir das mal Oh Klicker Kopf Was schreibt der Chat schon wieder gerade Die Natalie findet die Puppen gruseliger als die Clicker Okay Okay So ein bisschen Der Klicker ist so ein bisschen eklig Weil zumindest auch ein bisschen schwieriger zu killen Und bevor wir jetzt direkt hier zum Start Des heutigen Stream Abends Zum Start des DLCs Ellie in den Tod schicken Würde ich sagen Wir warten bis er weiter wackelt Okay Okay Den haben wir verjagt, beziehungsweise weggelockt. Verjagt ist jetzt nicht der richtige Ausdruck. So, wo war die fucking Tür? Da hinten. Bevor das Schweinevieh sich umdreht und uns aufsucht. Läuft bei uns. Na toll. Läuft nicht ganz bei uns. Läuft im Rage-Modus. Ein Militär-Hubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. So, nix anderes, oder was? Ich find das auch immer so ehrlich, dass ich die Tür nicht zumachen kann. Ich hab immer so das Gefühl, ich müsste die Tür so zumachen, weil ich ja weiß, da draußen rennt der Gammelige rum. Nix drin. Tücher. Stoff. Danke an Johannes für 6 Euro. Ich mache weiter so. Dankeschön an dich. Oh. Jetzt hab ich auslauter... Jetzt hat Ellie aus Rage den Ziegelstand weggebrochen. So. Das ist das Ziel. Abgestürzte... Midi-Copter? Das Klackerte-Ding ist da hinten. Der Typ mit Problemen. Das sieht alles ein bisschen tief hier aus für Ellie. Das geht nicht. Das geht nicht, sagt sie. Okay. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, das kann sie. Also Joel hätten wir jetzt da runter springen lassen. Ich lese gerade, in dem Militärhelikopter ist bestimmt eine Kanone drin. Da ist bestimmt so eine dicke Railgun drin. So wie bei Gears of War, die sie mit beiden Händen tragen muss. Da. So eine ganze Klicker-Armee wegfetzt damit. Natürlich. Was haben wir anderes erwartet von diesem Spiel? Da lang oder da lang? Egal wahrscheinlich. Macht die Spuren im Schnee wie in Skyrim? Ja. Andere Spuren allerdings. Mehr so Schleifspuren. Messer, Gabel, Schere, Licht. Sind ja eigentlich für kleine Ellie's nix, aber... Lassen wir das mal so. Kann ja auch noch nix herstellen. So, okay. Hier irgendwo so hochklettern oder so was? Hier rüber. Schönen guten Abend an dem B-52-Tuber, dem ich mich einfach für 80 Euro verbeugen muss. Vielen, vielen Dank dafür. Für 80 Euro gibt's auch ein Herz. Das kann man jetzt nicht mehr sehen, ne? Dankeschön. Und ich gebe mir größte Mühe auf Ellie aufzupassen. Heute wird Ellie nicht sterben im Stream. Also hoffe ich es mal. Man weiß es nicht. Aber ich versuche es. So. Pass auf Ellie auf. Pass auf Ellie auf. Dann wollen wir das mal gemeinsam machen. Nein. Nein. Ist das der gleiche Weg? Ja, das ist der gleiche Weg. Ich denke mal so, in irgendeiner Ecke ist noch was versteckt. Was wir brauchen könnten, damit wir Ellie nicht sterben lassen. Und damit wir dem, der Aufforderung von B-52 folgen können. Und Nagellack. Okay, Mann. Sieht zumindest gut aus für uns. So, frisches Verbandsmaterial wirklich, ne? Stecken wir einfach mal ein. Wer ist das Ding? Traut sie sich jetzt hier rüber zu hüpfen? Ja, oder? Zeitsprung! Der Flender spendet auch nochmal 10 Euro. Dankeschön! Ellie packt das. Das denke ich auch. Zur Info, wenn ihr es nicht kennt, das springt jetzt so in der Zeit hin und her. Das ist ja einmal diese Stelle in-game von Last of Us, wo sie versucht, Joel zu retten. Und es springt wieder vor die Ereignisse von Last of Us. Und innerhalb von Last of Us wurde ihre Freundin auch schon mal erwähnt. Danke an den Flenders 75 nochmal. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gewissen und beklagt hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefördert. Sie ist in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahm mich mit in ihr Versteck. Zumal lieb. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hat. Oh. Komm schon. Ich bin doch schon da. Ich habe nur mal geguckt, rechts und links, Mensch. Hetzerei hier. Schön, bitte ich setze. Ja. So. Mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Was ist mit der Teele und den anderen? Wie geht's denen? Oh nein, die essen deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt. Sprachlaustärke ist unheimlich variabel, ne? Wenn die Freundin nahe ist, ist es sehr laut. Ach, guck mal hier. Look for the light. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Ich bin mir nicht allein wegen. Danke an den Zicky Pop für 6,66 Euro. Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Das Ende sollst du unbedingt gucken. Okay. Don't be a sheep. Wake up. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Wir stecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach. Lass uns lieber über was anderes reden. Das Ende soll ebenper. Mm. Mustache cover. Mistdeckung! Verdammt, ich hab gedacht, kommen die Zwischensequenzen. Ich wollte eben was trinken. Was ist das hier? Wollte ich mal durch die Fenster gucken, da gehen wir schon rein. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Na? Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Was ist das? Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nee. Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das Einfluss auf den Spiel... Was ist das hier? Und was ist mit uns das? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Ja. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ja. Ich... Ich will die ganze Zeit wie in Skyrim auf die Ego-Perspektive umschalten und fällt mir mal ein, Nein, das geht ja nicht. Alli, hilf mir mal. Okay. Geringfügig dumm gelaufen. Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Das sah auch nicht vertrauenserweckend aus, wenn ich richtig bin. Durch die Gebüsche laufen wir nicht. Wir gehen durch irgendeinen Shop oder so. Panda Petrol. Da werden die neuen Spiele gespoilert, geteasert, die in Zukunft von Naughty Dog herauskommen werden. Schau mal. Da ist ja eine Öffnung. Okay. Okay. Da kommen wir locker rein. Okay. Sei vorsichtig da drin, wenn ich immer. Oh. Kann ich... Kann ich auch reinkommen? Aha. Ein Halloween-Store. Sie ist ein Killer-Clown. Was ist denn der Wehrwolf? Das passt ein bisschen. Sieh es dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Oh. Schlechter als ich. Du sollst brüllen. Rau. Achso, ich muss wirklich hämmern. Achso. Jetzt rauf ich das erst. Ja. Na geht doch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ja, lass uns mal umgucken hier bei Mr. Frankenstein und Co. Also der Part, wo Ellie quasi die Vergangenheit reißt, ist so ein bisschen so... Ja, bietet halt mehr Charaktertiefe, sag ich jetzt mal. Bietet jetzt halt nicht diese typischen Gameplay-Parts, wie die sonst aus Last of Us gewohnt sind, sondern zeigt einfach ein bisschen mehr so ihren Werdegang, wie sie hier hingekommen ist. Würdet ihr lieber die Hexe sein? Ich finde, eigentlich passt der Wehrwolf ganz gut zu uns. Im Sinne von den Gefährten. The Companions of Right Run. Wie seh ich aus? Ich kann mich selber gar nicht angucken. Ja, auch nicht einladender, oder? Ich lass mal den Wolf kurz auf. Wolf Kopf auf. So. Äh, äh. Wahrscheinlich gibt's hier noch so... Ich hab das schon von euch im Chat gelesen. Ich sollte mich auf jeden Fall überall gut umschauen. Ähm. Hier gibt's wahrscheinlich ne Menge zu entdecken so an... Ja, liebenswürdigen Kleinigkeiten zur Story oder so. Wahrheitsschädling. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Äh, werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ah. Puh, so ein Trost. Oh, können wir das nochmal machen? Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Hm. Ich fühl's dir lang. Der aller guten Dinge sind drei? Verlassen wir jemals diese blöde Quarantäne-Zone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann... Ist es möglich? Aha. Hm. Die Antwort hängt in der Luft. Ufos? Ist das eine Angry Bird Mask oder was soll das sein? Oder ist das irgendwas, was ich jetzt einfach nicht kenne? Kinderkostüme für 2,95 Euro. Relativ günstig hier, muss ich sagen. Sind wir mal ehrlich, das wäre schon spooky, wenn man in so einem Laden in so einer Situation wäre, oder? Was denn? Was wäre noch cooler? Was? Ich steh voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Okay. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Ja. Vielen Dank, dass mir im Chat schon wieder vorgeschrieben wird, wie ich zu spielen habe. Da weiß ich aber nicht, was ich dazu sagen soll. Ich spiele das halt so, wie ich Lust dazu habe. Ich berichte über echte Monster und Geister. Augen. Wow. Ganz derbes. Was ist mit dem Anti-Elasing los? Habt ihr das gerade gesehen? Anti-Elasing. Ja, ja, ja. Wow. Das war blöd. Mann, da gab es einen Anti-Elasing-Totalausfall und die erschreckt mich dann so. Wo geht es weiter? Was müssen wir machen? So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gemacht. Du hast die Frankenstein-Maske auf, ich bin immer noch der Wehrwolf. Let's go. Ich habe noch keinen Ausgang oder sowas entdeckt. Da ging es rein. Dann sind wir hier durch jeden Gang, haben mit dem Schädel gesprochen, hätten hier die Vogelmaske aufsetzen können. und können durch eine Türe gehen. Was für eine Idee. Okay. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Grote ist deins. Meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Ich bin Steinwurf-Profi. Habe ich gegebenenfalls gerade gehört. Frontscheibe auch? Bäm. Ha. Scheiße. Ich will nicht verlieren bei dem einzigen Spiel, was hier stattfindet. Was hast du jetzt? Dachfenster auch? Verdammt. Dachfenster gehen eigentlich nicht kaputt, oder? Ja, so wird es gemacht. Sieger. Ah ne, sie hat das Dachfenster geworfen. Bingo. Die letzte. Sieg. Nein! Beschiss! Da hat das Spiel mich doch betrogen, oder? Ja! Stein-Wurf-Champion! Champion! Hashtag Steinwurf-Champion jetzt sofort in die Videokomentale, bitte. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Das hat Marleen meine Mutter erwähnt. Vergiss es. Was würdet ihr fragen? Oh, ich hab... Ich war zu langsam. Weißt du was? Vergiss es. Ich wusste nicht, dass man das auf Zeit drücken muss. Wow. Verdammt. Komm jetzt. Lass mich dir das zeigen. Ah, wie doof, ne? Ah. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also. Wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ich hab immer noch die angeboten, halt in jede Ecke zu gucken. Obwohl das wahrscheinlich bei der Art von Gameplays hier gar nicht notwendig ist, oder? Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Das funktioniert niemals. Was hab ich gesagt? Heißt das, das Ganze ist hinterherlicht? Finden wir's raus. So, ich laufe jetzt einfach immer hinterher, ohne die Ecken nachzugucken. Das können wir dann in dem Part machen, wo wir quasi wieder in der Gegenwart ankommen, wenn man so will. Finde ich. Glaub ich. Ah, warte. Ich... Ich weiß, was du vorhast. Und... Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt hab, bevor ich wegging... War nicht so gemeint. Riley... Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh, Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Zeitsprung. Schätze ich jetzt mal, oder? Weil es immer wie so ein Cliffhanger ist. Ich hab grade gelesen, da wurde gefragt, was sind die Regeln im Chat? Und eigentlich haben wir das die meisten schon beantwortet. Also im Grunde genommen ist es einfach nicht Spoiler. Das wäre... Das wäre die Grundregel. Nicht Spoilern wäre cool und ähm... Das übliche halt. Sich halt halbwegs nett verhalten. Aber keine, keine großen Prinzipien, keine großen Regeln. Nicht Spoilern. Bisschen nett sein. Alles gut. Atrium-Notiz. Ähm... Lesen. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugen Ellis und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können. Zum Ladedock gegangen. Achso. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst, nachdem Ellis gewissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Ellis versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Mann, Kommas und Punkte kann man hier schlecht unterscheiden auf dem Bildschirm, muss ich gestehen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Ellis Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über den Biss amportierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein widerlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Captain, irgendwas. Ob das geklappt hat? Auch wie im Walking Dead, ne? Da werden die infizierten Körperteile immer kurzer und abgehackt. Abgesägt in unserem Fall. Flasche, Flasche, Flasche. Messergabel, Schere, Licht. Sind eigentlich nur für Joel nichts. Immerhin findet sie jetzt mittlerweile mal ein bisschen Krempel. Ähm, da bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten, muss ich auch sagen. Diese Rückblenden haben zwar irgendwie Flair und Charme, aber ich mag trotzdem dieses ursprüngliche, eigentliche Gameplay hier, mit dem Absuchen, mit dem Kämpfen und sowas dann doch, doch mehr, muss ich gestehen. Schande über mich. Ach, nur Flaschen, ne? Kugeln, ich glaube es nicht. Dreck mal nachladen. So, mit zwei Kugeln, ähm, da kann uns ja jetzt eigentlich gar nichts mehr passieren. Da können wir jetzt wirklich jetzt, also ab jetzt können wir mal richtig hier Vollgas geben. und dann komplett hier nur noch auf Shooter alles wegballern und wegrotzen, was da so kommt. Oder auch nicht. Also es bleibt eine etwas mühselige Absucherei von allen Kleinigkeiten. Spielt einer von euch mit Kopfhörer, also schaut einer mit Kopfhörer zu. Das war gerade mit den Raben so echt zu. Ich glaube ich sollte nicht dieses Resident Evil, die Resident Evil Demo spielen. Ich würde mir wahrscheinlich vor Angst, ich würde vor Angst das Pad wegwerfen. den Stream dann vorgeschobener Weise aus technischen Problemen unterbrechen müssen. Okay. Ah, sehr gut. Volles Magazin. Läuft bei uns. Hinweis. Das ist doch gar nichts. Ein Eimer Farbe, oder? Muss hier, muss ehrlich nur streichen. Oh Gott. Scheiß Katze. Scheiß Katze. Die haben sich einfach eine Katze ins Spiel gemacht, das habe ich noch nie gesehen. Also jedenfalls gab es das im Hauptspiel nicht. Da geht es hinein. Aber wir gucken uns erstmal erstmal um. Wie wir alle wissen, kann Ellie nicht schwimmen. Also ist alles, was mit Wasser zu tun hat, eigentlich relativ unsympathisch für uns. Was? Verdammt! Was soll ich hier verrecken? Wir sehen uns auf jeden Fall hier jede fucking Ecke an. Ich frage mich, ob ich irgendwas gesehen hätte. Oh, da ist nichts zu los, danke für 2 Euro. Ja schön, willkommen zurück in Deutschland. In Lettland war es wärmer, das stellt man sich gar nicht so vor, oder? Ich geh trotzdem oben mal durch die Haupttüre rein. Ähm, mit der Erwartung, dass ich da vielleicht irgendwas übersehen oder verpasst habe. Jetzt sagt man nicht, das geht nicht. Nääääää, sehr geschickt gemacht von mir. Wie man Gameplay künstlich in Länge zieht, wird Ihnen präsentiert, von Frank Sirius. Da war auf jeden Fall irgendwas. Nix klickert Aber ich wette, hier würden wir es gleich von klickern Wenn ich einfach mal anfange Hier den Generator anzuwerfen Mit welchem Grund ich den jetzt anwerfe Weiß ich gerade auch nicht Benzin Chips-Tüte Braucht Strom laut Ellie Komm, da kannst du doch hochklettern, Kleines Da lag nämlich doch was oben drauf, ne? Wir gehen das mal ein bisschen sammeln Nämlich, wie wir alle wissen Sobald ich den Generator anwerfe Wird hier vermutlich ganz einfach mal Schnell und salopp die Hülle losgehen Oder? Ho, 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 ho Ho, ho, ho Nur Ziegelsteine überall, ne? Ansonsten Na, ich hab gedacht Ne, das ist so ein bisschen weit Kann ich sagen Vielleicht kann sie da drauf hüpfen Das wäre aber zu weit Aber hier kann sie rauf Hier wären wir zumindest nachher in Sicherheit Ich würde ja ganz gerne noch da auf das Auf den Truck vorne drauf Mensch, ey Ich hätte jetzt gedacht Sie kann hier auf den Kotflügel klettern Oder irgendwie sowas Ja, macht sie ja nicht Seht ihr das da oben? Kiste schieben geht auch nicht Jemand Ideen? Vorschläge? Von hinten drauf klettern oder was? Okay, ich brauche Vorschläge, wie ich auf den LKW draufkomme Von vorne auf die Motoraube, bitte Das ist so schön Wenn da die Taschenlampe ausgeht, oder? Wir können bauen Medikit Molotow Burn, Motherfucker Burn Wir haben einen Molotow-Cocktail jetzt zur Verfügung Und es wird vermutlich hier gleich Von irgendwas wimmeln Könnte ich mir vorstellen Vielleicht gehen wir jetzt noch drauf Das würde mir sehr für den B-52 leid tun Wie ihr ja gesagt habt, ich soll auf Ellie aufpassen Komm, die Benzinkanister habe ich doch schon gesehen Da kommt man später drauf, lese ich gerade Okay Dankeschön dafür Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht Vielleicht war die Amputation doch zu spät Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte Und... Das Infektionsprotokoll Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war Wir... Wie mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter Seine Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf Regan, bitte Ich habe immer noch Zeit Tu das nicht Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice Regan Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das gut finden soll Dass man diese Storys liest oder nicht Also ich finde es so ein bisschen so Boah, kann man machen Kann man machen, muss man nicht immer machen Frank liest nicht den Chat Schande über mich Ja, ich spiele gerade das Spiel Ich finde es auch gerade irgendwie zu spannend Um da... Achso, das war jetzt leer Ich muss irgendwo anders das holen oder was? Scheiße, 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 scheiße Scheiße, scheiße Ja, hätte ich Messer sollen, habe ich gesehen Scheiße, ich habe gedacht, ich könnte mal auf so einen großen LKW drauf Hätte ich direkt Messern sollen Hätte ich direkt Messern können, what the fuck Scheiß Dreck Es war nur einer, ne? Ah, ne, es sind zwei Okay Damn it Ach, hier sind mal einer Messer Verdammt, ey Oh, da geht's raus Oh, Munition Hm Nein Nein Ah, bin ich doof, ey Fuck war das schlecht, ey Oh Ja, du kannst nicht klettern, du bist ein Klicker Scheiße Seit wann können die Klicker klettern? Dinia ernst Dinia ernst Scheiße Scheiße Ich hab Ellie ermordet Scheiße Okay, okay Scheiße gespielt Ich gebe das zu Ah, verdammt Verdammte Axt, ey Was macht die denn? Ist die Parkour läuft oder was? Trotzdem alle gekillt Trotzdem alle gekillt Verdammt Verdammt Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Klingt so Okay Okay, okay, okay Ah, jetzt Benzin Jetzt Benzin Scheiße So Okay, und wo kommen die verdammten Schweine jetzt her? Nein Ah, da ist Benzin Leer Okay, ich muss die Fahrzeuge durchgucken oder was? Auch nichts Wir lassen Ellie heute nicht sterben Ich hab hier alles im Griff Ihr seht das Ihr bekommt das mit Alles, äh Total safe Jackpot Jackpot Okay, wie geht das? Schlau reinsteigen und Einfach ansaugen Bää Sehr gut Dürfte reichen Könntet ihr mal kurz einen Zuschauer zu Daumenhoch Schnitt checken Das wäre sehr freundlich von euch Also, wenn ihr da Bock drauf habt Und den Livestream unterstützen wollt Dann könnt ihr jetzt Aktiven Daumen nach oben geben Ähm, denn das hilft ganz einfach dem Livestream Mir, dem Video, was hinterher online sein wird Und so Und deshalb wäre das einfach Eine coole Aktion von euch Ich checke das hinterher, ob das auch passt Also, ob wir genauso viele Zuschauer sind Wie wir Daumenhoch generieren konnten Okay Okay Und Zombies in 3, 2, 1 Alter Schwede Finger weg vom Elektrowasser Sagt sie Okay Finger weg vom Elektrowasser Erstmal seht ihr jetzt hier die Tür auf Gut Die Tür ist auf Okay, ich kann gleich irgendwie nach oben Aber hier war Eine Chips-Tüte Kann ich sehr zucker Aber ich finde, das sieht immer aus wie Chips-Tüten Komm, mach Geh die Latte hoch Wir wollen ja nicht runterfallen, oder? Schau gerade aus Alles wird gut Wir lassen Ellie nicht sterben Das Wasser ist nicht frittiert Okay, jetzt verstehe ich das auch Das wäre jetzt hier doch Soll ich jetzt schon hier drauf springen Und das Zeugs holen Oder komme ich hinterher nicht wieder hier oben drauf Weiß nicht, probieren wir jetzt einfach Ein Stück, Ellie, weil ich gierig bin Ach, das ist echt nur eine Flasche, oder? Ah, jetzt auf die Tür auf Okay So, wahrscheinlich einfach von Truck zu Truck Hüpfen, oder sowas Komme ich hier wieder raus? Ja Oder da hinten rüber Das wäre auch eigentlich okay Wahrscheinlich einfach da hinten rüber Oh, 244, 286 Das verbessert sich also Sehr schön Dankeschön An der Stelle einfach schon mal So, welches Tor? Ist das jetzt fuck egal, oder was? Ich würde mich für das kleinere entscheiden Ah, nee, da hinten ist auch Ah, nee, ich muss ja da hinten hin Ah, okay Dann, egal Dann gucken wir mal, was hier los ist Jetzt 50 Zombies Schwirren aus der Garage raus Fressen uns einfach auf Damit können wir Bomben bauen mittlerweile Ich glaube, die Marke hat es auch nicht überlebt, oder? Oh, oh, Roma Ist gar nicht mehr im Handel erhältlich Ist halt damals ausgeraustet worden Als die Epidemie kam Aha Okay Achso War das jetzt nur Ey, lass mal los War das jetzt nur, um da durchgehen zu können, oder was? Nee Da ist noch eine Pulle Kann ich das Tor wieder zumachen? Nee, ne? Sie kann immer nur aufmachen Ähm, wahrscheinlich muss ich das irgendwo nebenfahren Dass ich irgendwo hochklettern kann Ich kann ja hier klettern Oh Kann ich nicht Scheiße Okay Dann schieben wir das Ding mal hier in der Mitte Gucken wir mal, ob wir einfach von einem zum anderen hüpfen können Hier Steh nicht so an, Ellie Das sieht ja so aus Als würde das nicht wiegen Im Verhältnis zu deinem Körpergewicht Geht doch Da hinten ist auch noch eine Kante Oh Da geht ja super Warum kann ich jetzt schon wieder hier zum Beispiel den Knopf hochdrücken? Weiß ich auch nicht so genau Warum kann ich nicht einfach das Ding darüber fahren? Das wäre ja viel einfacher Ist das überhaupt der richtige Weg? Wer weiß es schon Nee, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg Falle ich nämlich einfach wieder runter Okay Ach, jetzt weiß ich Jetzt muss das Tor hochfahren Und das Ding da drunter schieben Dann kann das Tor nicht wieder runterklappen Jetzt falle ich natürlich nach hinten ins Wasser oder so Das wäre es jetzt gewesen Ich gehe so rückwärts mit dem Ding so Take a step back Take a step back Dann so Heute hat das Spiel aber irgendwie ein Anti-Lasing-Problem, ne? Das hatten wir im Hauptspiel noch nie Seht ihr das so an ihrer Hose und an ihrem Arm? Und irgendwie macht man ein Pet ab und so Rapp, 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 rapp Rapp, rapp, rapp So Aber komm, das war auch keine schlechte Idee Mit dem da drauf springen Das kann man jetzt so nicht sagen Wow Läuft bei mir Läuft bei mir Läuft, läuft Läuft doch hier Ist eigentlich ganz egal, wo ich jetzt runterspringe Oder soll ich auf das Auto springen? Zack 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 Hört ihr den Sound? Das ist jetzt nicht so einladend an, oder? Jo Gott, scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Das hätte eigentlich schon reiben müssen, dass die angelaufen kommen, oder? Die kann ich noch killen, oder? Das sind ja so Stufe 1 Die werden schon schwieriger Die da so Äh, 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 rumlaufen Die werden schon schwerer Ich glaub, die sehen mich auch, oder? Ja Scheiße, 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 scheiße Da, komm her Renn einfach Nimm noch einen mit Nimm noch einen mit Komm Da, ja, da Nimm noch mehr mit Stellt euch bitte im Kopf vor Burn, motherfucker Burn Läuft Oder? Bist du bescheuert, oder was? Oh, danke Seht ihr, wenn man Kugeln braucht, findet man halt auch Kugeln Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Ist hier noch einer? Ne, alle weg Alle weg Alle weg Würde ich sagen Er ließ so ein Massenmörder, ne? Das ist unglaublich Aber wir haben unseren einzigsten Molotow-Cocktail jetzt Verschwend, würde ich nicht sagen Das hat ja hier eigentlich ganz schön ordentlich Schaden angerichtet, oder? Kann ich sagen, alles richtig gemacht Oder soll ich sagen, naja Da hättest du ein bisschen mehr Acht geben können Naja Gibt's mehrere Abstufungen von den Viechern Ja Die ersten sehen noch relativ menschlich aus Stürmen halt so schreiend auf sich los, wenn sie dich sehen Dann gibt's die, die halt schon so schlurfen durch die Gegend laufen Die haben so einen halben Kopf irgendwie Dann gibt's die mit diesem dicken Kopf Und dann gibt's auch noch diese Riesenviecher, die dann so total mutiert sind Irgendwie, also Aber pauschal alle töten Ach so Pauschal mit keinem Mitleid haben So, mal gucken, was wir herstellen können Mir fehlt etwas Alkohol Rauchbomben wäre ich eigentlich nicht so ein Freund von Beziehungsweise spiele ich die nicht so oft, ne Ist ja auch geil So ein alter Obwohl, ich muss jetzt gestehen Auch das habe ich im Walking Dead schon gesehen, ne Dass die in so einer alten Zoohandlung waren Hinweis Hebe die Tür an Um die Tierhandlung zu verlassen Nicht durchstöbern mal die Tierhandlung Let's Play Grillen Grillen wäre auch mal lecker, ne Blöd, dass die Zimmer ist Hier lebt irgendwie nix mehr in dem Tierladen Aber Na ehrlich Naja, okay Vielleicht könnt ihr ja trotzdem Irgendwo steht ja immer irgendwas rum Ne, hier Alkohol Zack War doch gut, dass wir hier rumgelaufen sind, oder? Ich gehe jetzt hier einfach Gang für Gang ab Alley steckt den Molotow-Cocktail ein Alles wird hier abgesucht Ich überlasse nichts dem Zufall Noch niemand hat das Hundefutter gegessen Und das heißt Ohne Scheiß K9 Äh, nein Kotze So So, 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 so Und dann wollen wir mal eben nur hier Gucken, was es hier gibt Hundennäpfel Nichts mehr zu sammeln Und aufmachen Oh, halten Und was meint ihr? Szenario wechseln? Okay, wir sind am Helikopter Und zu diesem Zeitpunkt, meine lieben Freunde Nach Bei 230 Zuschauern Nach Keine Sorge, wir machen nicht Schluss Nach 1 Stunde 20 Ähm Gibt's 2 Minuten Pipipause Und ich hab doch die halbe Pulle Wasser leer getrunken Und ich Ohne Panda-Helf Dankeschön Hallo an den Panda-Helf Der einfach Äh, mich und den Chat grüßt Und 13,85 Euro spendet Vielen, vielen Dank dafür Ihr habt jetzt die Möglichkeit Also wirklich nur jetzt Nachher könnt ihr nicht fehlen Weil es bleibt, glaube ich, extrem spannend Ihr habt jetzt die Möglichkeit Für 2 Minuten auf Toilette zu gehen Und dann müsstet ihr euch aber Umgehend wieder hier einfinden Sehen, wie für ein Panda-Helf Das Lied gesungen wird Und ähm Ja Wie wir dann ganz einfach Weiterspielen werden Bis gleich Quando im Juli começou Was gehts gehts Nice �발 Tief Ja Wid Ssterreich S Нач G Bis gleich S mascul S 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Spamt mal bitte nicht so. Doch, spamt alles voll. Spamt so viel ihr wollt. Alle wieder da? Habe ich zwar schon gefragt, aber es dauert ja immer, bis ihr antwortet. So. Dann, hey ho, let's go. Ich hätte mir noch ein bisschen Schokolade holen sollen, muss ich sagen. Ah. Ja, weiß ich auch nicht, wo die herkommen. Kurze Erläuterung, warum Kommentare, also was dann vielleicht für den einen oder anderen als Spam wahrgenommen wird, aber Kommentare sind einfach so das, was dann auch für YouTube quasi als Aktivität durchgeht. Das bedeutet also, YouTube sagt, ey, da reden die Leute die ganze Zeit. Also da in dem Live-Team ist also richtig was los. Heißt also, dann wird der Live-Team einfach besser bewertet. Deshalb ist es für mich grundsätzlich. Deshalb ist es für mich grundsätzlich eigentlich immer ganz cool, wenn die Leute viel schreiben. Nur so als kurze Info nebenbei. Oh, wie sie schon wieder so einen Snickers findet oder sowas, ne? Und ich nicht. Ich ärgere mich gerade, dass ich mir nichts zu futtern mitgenommen habe nachher. Also theoretisch zwei kann ich theoretisch killen. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir das nicht schaffen würden. Aber eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn wir das bisschen, was wir an Lebensmitteln haben, dann auch uns schenken würden. Schaffe ich das, dem im Ziegelstein zu erschlagen? Mich einmal vorbeigeschossen habe, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe keine Zeit, mich umzulösen. Ich würde es eigentlich gerne sehen. Danke für's Spenden. Der cool Darkman spendet zwei Euro. Boah, sah das gerade nicht mega heiß aus, als Ellie so zwischen diesen brennenden Klickern stand und sie selber so gelblich-rot erleuchtet war? So von diesem, boah. What a nice feeling. Boah. Da rede ich zuerst noch vor der Munition sparen, ne? Und verheiz ich hier alles, was da ist. Das ist so ein typisches Syndrom von mir. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, falls ihr das noch nicht so oft erlebt haben solltet. Ich mache das generell. Immer. Ach, was soll ich mit diesen blöden Dingern, ey? Aber ich baue sie halt trotzdem. Aber was eine schöne Szene, oder gerade? Habe ich einen Zielstein dabei, ja. Gestern war ein Freund von mir mit seinem Livestream, der so einen kleinen Livestream gemacht hat, einfach nur so einen Talk-Livestream um 8 Uhr abends, war verdammt auf der YouTube-Startseite und da wurde der Stream so überrannt von Idioten, wie er erzählt hat, ähm, dass er den wirklich ausmachen musste. Auch unglaublich, oder? Ich würde auch gerne mal auf die YouTube-Startseite mal wieder sein. Jetzt nach Jahren. Wir haben anscheinend vorhin nach dem Knopf gesucht. Ich wusste das gar nicht. Wir sind irgendwie von alleine da hinten reingegangen, ne? Oder der Generator war. Sehr gut. Wie sehr gut. Mach schon auf. Wann wird sie meine Schokolade? Auf jeden Fall, Peter. Auf jeden Fall. Ich hatte die letzten Tage, so aus so einer Weihnachtstüte von meinen Eltern, so von Milka, so runde Kugeln. Alpenmilch-Kugeln. Ich meine, schmeckt immer gleich, aber fand ich sehr lecker. Der Flanders! Schwendert nochmal 10 Euro, gönnt euch einen Snickers. Ja. Dann wäre ich jetzt auch nicht so eine Diva, die ich ständig rummotzen würde, ne? Warin. Dankeschön. Sie hat einen Gameboy gefunden. Dankeschön an dich nochmal. Ich hab's nochmal düngeln hören. An der Mario! Moment. Ich wüsste nicht. Danke. Dankeschön. Nächster Stream gibt's einen Snickers. Danke an dich. Warum? Kurze Frage. Das ist ja eigentlich eine witzige Idee, dass der Pat mit uns redet. Also die Stimmen kamen jetzt aus dem Pat raus. Eigentlich eine witzige Idee, aber wenn du mit Kopfhörer spielst, da hab ich gerade so gedacht. Ich denkst, das kommt ja nicht aus dem Kopfhörer. Und dann hab ich das erst gerafft. Also eigentlich eine witzige Idee, aber irgendwie nicht sonderlich, ja, nicht so alltagstauglich. Also für meinen Gaming-Alltag nicht so tauglich. Und dann nehmen wir mal an, du spielst abends und deine Freundin Penn schauen und du sagst so, oh, ich spiel so ein bisschen und auf einmal fängt die Petter zu reden. Und irgendjemand hat gerade geschrieben, ich wäre auf der Startseite. Dafür wär's dann aber hier normal ruhig. Ich bin gewillt, einmal zu hüpfen auf diesem Glas. Ne, bin ich doch nicht. Ich hab gesagt, Ellie stirbt nicht. Ellie stirbt nicht, Ellie stirbt nicht, Ellie stirbt nicht. Und Ellie springt. Vorne die Pilotenleiche. Jawoll. Oder? Sagt euch jawoll. War das gut, Ellie? War alles drin? Ich lass dich nicht los. Okay, alles drin. Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ach ja, komm Gott. Warum nicht? Was muss ich machen? Muss ich mich auf ein Pferd setzen oder was? Gibt's ein Einhorn für Ellie? Nein. Wir nehmen das erste Pferd, was da ist. Der Urrat schreibt Startseite. Dank für die Info. Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Komm, Sean, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Jetzt habe ich gerade die Kamera geschwenkt, als die Kamera von alleine schwenkte. Nein, nein, nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich glaube, was? Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitz, finde ich. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt. Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm... Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Bereit. Ich mache einen Witz. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bay-Kartoffeln. Ah! Oh! Sehr gut. Der war gut. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das vielleicht eine 4. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Ich bin zu echt lustig. Der gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Den fand ich schon besser. Dem würde ich eine 6 geben. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh! Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Alban. Das ist so Alban. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Tide Castro. Ja. Mäh. Wenigstens geben sie die gescheiten Kommentare dazu. Mäh. Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Oh. Papier? Ja. Intimarbeit. Intimarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab die Idee. Ja, ist gut. Wollt ihr noch mehr Witze? Ich hau das jetzt hier eiskalt eine halbe Stunde nach. Wie findet ihr mit Trubrecht den Weg? Mit dem guten Planer. Okay. Wo in Baden-Mücken, ja? Ganz klar, ich schreckt. Ah, der ist gut. Echt gut. Kann man die Witze auf meinem Gehen erzählen? Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Man über Bord. Oh. Den fand ich ganz lustig. Der war doof. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So heißt dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der beste. Ja. Ich fand ihn mit dem Hai am besten. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Na, wenigstens, die beiden haben Spaß, oder? Also, ich muss mal Witze machen, oder was? Achso, ich muss beenden. Ich habe das gerade noch mal gelesen, ist das so leise? Irgendwie schwanken die Stimmen beim DLC teilweise brutals. Also, manchmal ist es gut laut und manchmal ist es brutal leise. Jetzt war es gerade zum Beispiel wieder ganz kurz noch mal. Aber ich starte mal einfach. Wieder ein Thema. Liebe. Okay. Wir hätten auch cool machen können, oder? Lächelt bitte alle mit. Okay, was Gruseliges. Das kann ich nicht mehr. Oh, oh, jetzt mal eine Franz. Okay. Achso, ich muss ja auch was machen. Okay, jetzt ganz sexy. Oh, schön fertig. Das war eigentlich ganz lustig, oder? Oh, die sehen toll aus. Was ist ein Facebook? Was ist ein Facebook? Was ist ein Facebook? Das war geil, oder? Ich habe nichts mit Facebook verbunden. Aber könnte man das sonst theoretisch jetzt hier hochladen, oder was? Wassernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas? Nachnamen oder so. Und das hätte man direkt echt auf Facebook hochladen können. Das wäre auch toll gewesen, oder? Oh, kein Internet. Was bedeutet das? Verdammt. Was bedeutet das? Oder wir gucken unsere Bilder einfach aus. Wie ich weiß. Oh, ja, was ist das? Okay. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier gerade Settings gucken, ob das... Komm, mach hier. Fuck Drecks Ding. Oh, Watch Dogs. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es für uns. Ich glaube, du hast recht. Das war eigentlich funny, ne? Oh, ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Nacht an den Flanders. Eine gute Nacht, Peter. Achtung. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Jetzt waren die Stimmen zum Beispiel gerade wieder normal laut, ne? Okay, die Rolltruppe funktioniert. Komm her. Da konnte man es super hören und teilweise beim Witze erzählen. Es ist so, als hätten sie vergessen, das dann viel laut zu drehen. Was ist los? Haben wir irgendwas vergessen? Muss ich jetzt da hoch gehen, oder können wir hier noch irgendwas anderes Lustiges machen? Ich gehe mal eben in den Burgerladen rein. Oh. Hier war ein Buch. Eine Küchennotiz. Ich bin so ein Arschloch. Vor ein paar Tagen kam ich früh von der Toilette zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streitet in mein Pferd. Wenn sie sich die Augen ausholten, was mache ich? Ich hau ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel sollte ich ihr sagen? Hey, Winston. Hey, Ellie. Kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich. Danke. Ja, das wäre toll gelaufen. Das ist so geil. Ich sage Hallo und das iPhone will mitreden. Ah, okay. Wir haben eine Message von Winston gefunden. Sie hat geantwortet, ich denke auch. Das ist so... Unglaublich. So, wo ist die Kollegin hin? Was sollen wir machen? Treppe rauf? Okay, ja. Sie hat gewartet, dass wir die Message finden, oder? Nett von ihr. Danke. Ich gehe auf die Rolltäufe. Du auch? Okay, zocken ist angesagt. Die sehen ja noch sehr heile aus. Da ist noch eine Giraffe drin. Hm. Funktioniert hier noch einer von? Bestimmt, oder? Irgendeiner blinkt jetzt gleich hier. Flipper vielleicht? Ne, das Ding. The Turning. Oh, das wird jetzt schlimm. Ich bin ganz schlecht im Videospiel spielen. Später Sabine. Schönen Gruß an Merlin. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit boxt du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst willst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Die steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und bieb. Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch. Oh, ich hätte ja was machen müssen, oder was? Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Was soll ich machen? Du hast so richtig, als mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja. Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauen an drin. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als seine Kombo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, konter mit einem Hebel. Nein. Was muss ich machen? Oh, falscher Knopf. Quicktime-Events genau meine Sache. Ich muss ja in der Tat wirklich immer gucken, wo die Knöpfe sind, beim Crazy Controller. Was soll das? Oh! Oh! Was soll alle... Oh! Oh! Die Laden lose, der Kaupen. Oh! Oh! Die Laden lose! Oh! 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 Ja, Mann, ey, leck mich doch. Mach ihn planter. Oh, oh, oh. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Nikes Clown fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse, tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Oh, das ist nice gemacht, oder? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist die hin? Riley! Riley! Ho, ho, ho. Und wir haben noch nicht mal ne Knarre dabei. Und gar nichts. Aber das mit dem Videospiel war gerade echt nett. Und ich hab hier so geholt, was wir so schreiben. Oh scheiße, ich muss Quicktime-Events drücken. Und dann ist es wirklich so, dass ich jedes Mal gucken muss, wo sind welche Knöpfe. Also das war gerade... Für mich ist es echt hardcore auf der Playstation Quicktime-Events zu machen. Ach ja. Okay. Einladend hier. Der alte Instinkt, ne? Zuerst mal zum Schrank gehen, aufmachen oder so. Weil ihr wahrscheinlich wirklich nur nachlaufen muss. Aber... Also wir haben ja zwischendurch auch irgendwie immer so nette Details gefunden, wie das Witzebuch oder das weiß ich. so diese Geschichten. Und dann hätte ich mal so ein bisschen Angst, dass ich hier was versäumel, wenn ich hier so durchrase. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung. Ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Gute Nacht, Natalie. Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Shooter-Part incoming. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Okay, Shooter-Part. Wer hätte das gedacht, oder? Hallo, hallo, hallo. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Hallo, hallo, gute Nacht, gute Nacht. Ich glaube, gerade ist so ein bisschen so Zuschauerwechsel, oder? Kann das sein? Viele von euch gehen schlafen. Was muss ich noch drücken? R2. R2. Was muss ich machen? Wie spritz ich denn überhaupt, ey? Nimm das! Nimm das, Riley! Oh, ich sterbe! Ich sterbe! Du bist erledigt, hab's ja gesagt. Ähm, es war ziemlich nah dran. Was? In deinen Träumen. Okay, wie du willst. Du zählst bis fünf, ich versteck mich und wir jagen uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Okay. Schließ die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme! Drei. Okay, jetzt haben wir sie gehört. Okay, gewonnen. Okay, gewonnen. Okay, wer zwei von Freischaft. Also nochmal. Oh Mann, ey, jetzt kommen wir mal. Geh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du bist tot. Ein eiskaltes und sehr harte Schorn. Tutor-Gefecht erwartet euch hier heute Abend. Hier nimmt sich keiner was. Hier schenkt sich keiner was. Ich kill dich. Achso, ich mein, ich mach dich nass. Talent! Yeah! Läuft bei uns! Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow! Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Ach nee, komm, reicht. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Jetzt ist es grad wieder so leise. Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Na, du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Wie man Klicker am besten anlockt. Einfach mal in einem leeren Kaufhaus. Die Musik so laut an macht mir möglich. Komm. Was ist denn? Hey. Was ist los? Bitte gehen Sie nicht. Sorry. Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Riley! Gott, der damn Nerd. Boah, dann sind wir wieder raus. Ey, was ist das? Über diese... Wer das jetzt nicht rafft, nicht versteht. Ich habe das vorhin ganz kurz zwischendurch gelesen. Wie kann es sein, dass sie jetzt da ist, obwohl sie ja eigentlich die Medizin holt und so? Innerhalb dieses DLCs ist es quasi immer so ein Zeitwechsel. Also es gibt zwei Zeitstufen, also quasi einmal bevor Ellie Joel kennenlernt und Co., also das weit vor Last of Us spielt und dann wieder ein Part, der innerhalb von Last of Us spielt und zwar den Part, wo man eigentlich selber Ellie spielt und wo sie quasi für Joel Medizin besorgt. Und das gibt dann immer diese schwarzen Überblenden, diese Fadeouts und in dieser Zeit, wenn es überblendet, wechselt halt wieder die Zeitschienen und so. Ich finde das eigentlich extrem spannend gemacht, gerade weil es, ja, halt hier so diese Cliffhanger-Momente hat, ja? Also in dem Moment, wo du denkst, oh scheiße, jetzt! Und dann so Fadeout, Zeitwechsel und dann bist du wieder in dem anderen Szenario, wo es ja auch die ganze Zeit spannend ist. Also, ähm, extrem gut gemacht, wie ich finde! Sooo! So, so, so! Dam, 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 dam! So! Gott! Haben die Kinder gerade Feierabend oder was ist im Chat los? So, los geht's, weiter geht's! Und die Sabine hat alles verpasst, ne? Die Sabine hat wirklich alles verpasst! Und nur, weil der Hund Pipi musste. Okay, wir sind wieder, für mich wieder im echten Game angepasst, äh, angekommen, aber ich fand jetzt auch die, äh, diese Geschichtspart sind eigentlich extrem nice, also... Aber ab jetzt, müssen wir uns wohl wieder ein bisschen mehr vorsehen hier. Wollen wir eben gucken, wie unser Repertoire aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall Lumpen und Alkohol für einen Molotow-Cocktail. Wir haben eigentlich nix, ne? Ich hatte doch vorhin... Ganz ehrlich, Leute, wir hatten doch, bevor ich an diesem Part war, hatte ich doch Sprengstoff gebastelt, oder? Ach, hab ich auch zwei. Entschuldigung. Eine Bombe, aber kein Molotow-Cocktail. Ich brauche einen Molotow-Cocktail, ganz dringend. Last of Us gibt's noch der Playstation 4, ja, das ist richtig. Das ist schade für alle anderen Systeme, weil's wirklich ein tolles Spiel ist. Aber es ist in der Tat, ähm, halt ein Naughty Dog-Game und die machen ja nur PS4-Only-Games. Also wie Uncharted auch, beispielsweise. So, wo's jetzt hin? Einfach wieder den Weg zurück, oder? Vermutlich. Man hört das schon, oder? Man hört das schon, oder? Scheiße. Oh nein, nein! Scheiße! Ja, ich hab jemanden geblügt, oder? Was zur Hölle? Was machen wir hier? Wer schätzt sich um die Schmerzen und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Scheiße! Ich checke diesen Bereich. Schau dich hinten um. Gott, scheiße. Ich hab vorhin gelesen, ich sollte mal zwischenspeichern, man kann gar nicht speichern bei dem Spiel. Das ist gar nicht möglich. Headshot, Baby. Ich hoffe, der Pfeil ist ganz geblieben, ey. Aber er hat da auch ne Knarre dabei, oder? Das würde uns auf jeden Fall helfen. Oh ne, er hatte ne Menge Pfeile dabei. Na, ne Menge ist gut. Zwei. Und sonst nix? Zwei Pfeile würden aber reichen, um hier alle zu töten. Ich spiele das auf der Playstation 4 Pro. Steht auch im Titel drin, aber inhaltlich ist es natürlich das gleiche. Es sieht halt grafisch auf der PS4 ein bisschen besser aus. Hm, da bin ich. Wieso lebst du noch, du Arschloch? Oh. My. Gott. Ellie ist der geborene Killer, ne? Auf einmal liegt noch überall ein Pfeil rum. Und Dankeschön an den Exexor für 20 Euro. Einmal ein dickes Dankeschön. Die Goin regelt hier den Chat, die ist der Moderator des Chattes und leistet hier hervorragende Arbeit. Auch von meiner Stelle nochmal wie jeden Abend eigentlich Dankeschön dafür. So, Pistolenmunition. Pistole ist aber voll. Und dann bleiben wir mal wie der Pistole und sind mal vorsichtshalber. Einmal ein dickes, dickes Dankeschön an unsere wunderbare Gohin, dass sie die Pappnasen aus dem Chat schmeißt Danke an dich Gohin 3. Na ja, so Leute hast du ja immer die Schaltnummer ein, merken irgendwie auch, ich pöbel mal rum und wenn man die dann verbannt, dann sind die halt schneller wieder weg, als man gucken kann. Und dann gehen die einfach in der Regel im nächsten Chat, im nächsten Livestream pöbeln. Was dann aber wiederum nicht mehr unser Problem sein sollte. Haben wir eigentlich jetzt irgendwas gefunden, dass wir nochmal einen Molotow-Cocktail basteln konnten? Klingen immerhin. Schadet ja eigentlich nie. Nein, nein. Nein, nein. War da auch noch was? Ne, doch. Alkohol, ne? Hat das jetzt gereicht für? Nein. Es fehlen noch Lumpen. Gelüngte Alkohol hätten wir schon. Im Sale ist auch nichts. Ah, ja, ja, ja. Ähm. So, von wo bin ich gekommen? Ich bin von da gekommen und hab dann hier den Bogen aufgesammelt, weil hier die Typen kamen. Und da liegen noch Pfeile. Oh, dankeschön dafür. Drei Stück sogar. Super. Nice move, man. Und den nehm ich auch noch mit. Und die Kugel nehm ich auch noch mit. Alles Dankeschön dafür. Das wäre die Frage, wo muss ich hin? Normalerweise sieht man ja immer... Irgendwo ist jetzt ein Exit-Schild. Vermutlich da hinten am Ausgang. Für was braucht man die Klingen? Normalerweise kann man mit den Klingen die Nahkampfwaffen verbessern. Ähm. Aber auch hier die Nagelbomben. Dann wirfst du so eine Dose am Boden, die, wenn da einer drankommt oder in der Nähe kommt, dann explodiert die halt einfach und zerschießt, was weiß ich, die Klingen. Eigentlich nicht schlecht. Ähm. Nicht so geil wie der Molotow-Cocktail, aber halt nicht schlecht. Und eine Alternative, wenn du dich halt gefunden hast, dann kann man die ja auch natürlich wieder benutzen. Wohin? 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 Wir hören schon wieder ein paar Freunde? Oh, das war schon für kalt drin. Ach, wie geil. Die Leute, die abonniert mich bitte schreiben, die sterben irgendwie nicht aus, oder? Niemand hier drin? Nein, niemand hier drin, Arschloch. Mach mal nicht aus. Aber das wird jetzt bitter hier oben, ey. Psst. Ich höre Infizierte. Oh, das wird, das wird schön. Nämlich meine lieben insensierten Freunde. Wo sind die beiden Typen, die sich geduckt haben? Ja, wo da hinten sind die. Geht mal laufen. So, den ersten haben sie schon. Das ist ja nice, ne? Und der andere läuft weg, oder was? Dem laufen sie noch hinterher. Wow! Ich würd grad sagen, ich bin runtergefallen. Fuck, kann ich hier wieder rauf? Komm, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Okay. 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 Drei Stück von denen. Soll ich ein bisschen Chat lesen oder soll ich lieber spielen? Ich weiß ja gar nicht, wir haben eigentlich zwei Stunden rum. Eigentlich habe ich jetzt Feierabend. Weil die Frage, ob das sinnvoll ist, die leise zu töten. War jetzt nicht wirklich leise, aber war zumindest effektiv. Und wir haben auch mal die Nagelbombe demonstriert. Was redet ihr da? Der flog ganz schön rum, der Typ, oder? Ich wäre auch gewillt, einen mit der Hand zu killen. Aber meinem Glück geht das bestimmt schief. Scheiße, Alter! Das war nicht so abgemacht! Nein, 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 nein! Oh my god! Ah, Gott, oh Gott! Oh, ich habe keinen, ich habe keinen... Oh, 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 ich habe keinen Müsli-Riegel oder sowas dabei. Ich habe da das ganze Zeug für einen Joel dabei, da kann ich ja was von schlucken. Oh man! Fuck, ey! Da klettert der Typ da rauf, der Arsch! Das war nicht abgemacht. Das war nicht in den Spielregeln so vorgesehen. Immerhin können wir jetzt auf jeden Fall... Naja, uns fehlen Lumpen. Ich pack's nicht. Aber jetzt wäre es auch so, dass wir eigentlich ein Medikit basteln müssten. Haben wir genug. Und da haben wir genug von. Was ist hier los? Nein, Alter! Also so rum in dem Fall muss ich das ja halten. Alter, was ist da los? An den Kreven 17! Ein 111-faches Dankeschön für 111,11 Euro. Alter! Weihnachten gerettet, Silvester gerettet. Oh! Endlich mal wieder geschafft. Wollte einfach mal Danke sagen. Danke für die Streams und Videos. Dank! E an die Hashtag TortenCrew, an die tolle Gohin, die wunderbare GiggleCat, den CT und all die anderen Klasse. Mit Chatter. An die anderen mit Chatter. Ja, ähm, Alter, weiß ich nicht, was ich da sagen soll. 111,11 Euro, dann 100, 111 mal. Ähm, ähm, vielen, vielen Dank an dich. Da kann ich gar nicht oft genug das Herzchen machen oder die Brofist für dich. Bam! Wahnsinn! Wahnsinn, Alter! Echt, also hammerhart! Hammerhart! Vielen, vielen Dank! Vielen, vielen, vielen... Da muss ich mich echt nochmal hier so... Da muss ich mir nochmal für verbeugen. Dankeschön dafür. Boah! Alter! Das haut mich jetzt Gameplay-technisch wieder vollkommen raus. Vielen Dank! Und das, wo ich Ellie gerade fast gekillt habe. Wow! Ich kann nur nochmal sagen, ich freue mich sehr. Ja, also das ist, ich finde da immer wieder... Es ist, ähm, also generell ja bei jedem, der das auch mit 2 Euro oder 5 Euro supportet. Aber sowas, das verschlägt ja dann immer nochmal die Sprache, wenn ihr versteht, was ich meine. Ohne dass das die anderen, ähm, summen, wenn einer 2, 5, 10 oder was auch immer spendet, irgendwie abmitteln soll. Aber das schlugst du kurz, weil dir einfach jemand 111,11 Euro schickt. Das, vielen Dank! Ich hätte hier wahrscheinlich überall durchschleichen können und ich habe Ellie fast drauf gehen lassen. Und das, obwohl ich versprochen hatte, dass Ellie nicht sterben wird. Haben wir bisher fast geschafft, also bisher haben wir es hier geschafft. Bisher ist sie noch nicht einmal gestorben. Ich bräuchte allerdings jetzt endlich mal ein Mini-Midi-Pack. Da haben wir eins. Dann nehmen wir das auch, oder? Hä? Da war doch eins. War das nicht ein Medi-Pack gerade? Kein Medi-Pack? Was war denn das dann? Habe ich jetzt so schnell gedrückt, dass sie das nicht genommen hat? Oder hat sie das von alleine genommen? Ach, das hat sie von alleine genommen, okay. Weil das so ein Erbsen waren oder irgendwas. Hu! Hu, ho, ho. Da wird gerade geschrieben, der Stream wäre der Höhepunkt des Abends. Vielen, vielen Dank dafür. Und es wäre schön, wenn ich noch eine Stunde länger streame. Also jetzt ganz einfach, äh, da kann ich ja jetzt schlecht aufhören, oder? Wo der Kreven jetzt hier einfach, äh, ihr könnt euch echt beim Kreven nochmal bedanken. Der hat das jetzt nochmal, ähm, ja nochmal einfach gepusht, dass es einfach auch noch weiter geht und noch länger geht und so. Das ist dann immer so. Ich finde, man kann nicht so eine Donation bekommen und dann sagen, so cool, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Dann gerne mal bis zum nächsten Mal. Ist ja jetzt auch 11 Uhr. Tschö! Das finde ich, äh, das finde ich immer sehr grandios. Also, das kann man halt nicht machen. Deshalb geht's natürlich dann in dem Moment dann auch weiter. Ja, fuck off, warum muss ich woanders lang? Okay, der Ohr mal auf. Okay. Ellie stirbt nicht. Ellie stirbt nicht. Alles für Ellie heute. Und sind wir mal ähnlich. Ellie ist irgendwie so dann eine der liebsten Videospielfiguren von einem geworden, oder? So, ist einfach mega sympathisch, spielt sich gut und so. Wenn ich jetzt runterspringen, kommt dann was, oder? Okay. Njam, 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 njam. Okay, da war ein bisschen Medi. Bisschen Medizin. Aber ich muss echt vorsichtig sein. Weil sie halt, ne, keine, keine, keinen vollen Gesundheitsbalken hat. Zur Not werfen wir auch diesmal mal die Rauchbomben. Da sind ja eine ganze Reihe Leute. Das wäre jetzt die Frage, ob man die möglichst umgehen wird. Oder ob wir da auf Inferno spielen und einfach die ganze Brut verbrennen. Bei der Brut verbrennen ist immer das Risiko, dass du eventuell nicht auf alle einmal, also ich habe jetzt oft schon gehabt in den letzten Tagen, dass wir echt immer so eine Vierergruppe mit einem Molotow-Cocktail auslöschen konnten. Das kann natürlich aber auch genau andersrum laufen, ne? Und deshalb, ähm... Der Exexor haut nochmal 10 Euro raus. Hahaha. Vielen Dank auch an dich für die 10 Euro, die er damit nochmal dem Kreven huldigt. Und das könnt ihr ruhig machen, was er schreibt. Was scheißt du denn, wie kommen die Typen? Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen... Scheiße, ich habe nichts zum Werfen. Ich bitte um ein dreifaches Herstück Kai-Fifura in den Chat für unseren Held des Abends. Wir werden kleiner als Drei. Vorsicht, evidiert er! Kommt nicht hin, ihr Verschlächer? Nein! Oh, Bedeckung! Geh ran! Jetzt kommen die gerade genau auf mich zugelaufen, oder? Alter Scheiße! Ehrlich, spring da drüber! Jetzt war das Bogen! Ja, Scheiße, ey. Warum ist der Clicker auf mich zugelaufen? Ja, Scheiße! Was? scheiße scheiße aber der kam mir persönlich jetzt zu nah muss ich nicht gestehen ganz schön wenn wir noch den Eingeklicker ok Eingeklicker hey safety first echt jetzt keine 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 spielchen mehr safety first ich finde wir haben den part jetzt hier gerade so gut überlegt dass wir hier dass wir hier ach ich lese gerade von der sabine kam heute eigentlich schon die frage sitzt du auf einem stuhl warum denken die leute eigentlich nicht dass ich auf einem stuhl sitze weil ich nicht auf so einem gaming chair sitze also auf diesen furchtbaren kunstleder scheißdingern die hier so diese riesen hohen und rücken lehnen habe natürlich sitze ich auf einem stuhl das kann man nicht sehen oder weil der stuhl hier schwarz ist aber hier schwarz vor schwarzem grund aber klar sitze ich auf dem stuhl auf so einem büro stuhl sitze ich der vermutlich wesentlich bequemer ist als diese ganzen fuck maximonates need for seat und wie die ganze scheiße heißt mit ihren plastikbezügen entschuldigung die sitze sind wahrscheinlich toll wenn ihr einen besitzen solltet aber was mich mega ankotzt ich will halt nicht so einen stuhl haben der so einen kunstleder bezug hat ja weil wenn du da im sommer drauf sitzt so entschuldigung weil ich das gerade gelesen habe bedankt euch bei der sabine ich würde sagen alles richtig gemacht alles richtig gemacht der sirius eiskalt hier alles weg gepüllt was da ist die zombies gegen die typen aufgehetzt und so und man hätte das vermutlich auch sneaky machen können aber ich fand das aufhetzen und die typen dann auch killen werden sie mit den zombies kämpfen fand ich jetzt eigentlich eine ganz gute lösung oder ich warte immer noch den zombie da rausfällt und jetzt noch so eine katze einbauen können die da alter hallo an den swiss gehält der kommentarlos 25 euro aushauen ich sollte irgendwie freudentag oder was dankeschön an dich Profis Dankeschön Da 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 hat die bine auch noch mal extra für dich gesungen Sie sind eigentlich leichenfächer nein oder Dankeschön für 25 euro an den swiss geht also heute Liegt das eigentlich am spiel oder was oder ist das irgendwie hat das irgendwas mit dem heutigen abend zu tun Ich kenne jetzt es ist bald vorbei oh mein gott was mache ich dann Welches spiel würde für ähnliche begeisterungs stürme sorgen keins oder an chartet 4 wurde schon mal vorgeschlagen Aber ich will also aber ein chartet 4 ist halt nicht so emotional Spiel jetzt einfach noch ein bisschen länger ich laufe noch ein bisschen mehr hin und her Da geht's runter Guck mal heute finden wir wirklich ganz schön viel hier ne Ein bisschen bisschen stuff den wir gebrauchen können ganz gut Fehlt uns ein bisschen was an lumpen Eigentlich haben wir bisher so in jeder ecke und jeder lage irgendwas gefunden da kommen wir hier Sorry for that Pillen soll ich pillen nehmen ja was war das war nur sowas zu essen einfach Schublade Schublade Munition und Ah wie voll Können wir nachladen Können wir die auch mitnehmen Dankeschön dafür Ah Ab und zu lese ich ja mal spät im chat mit Danke an den Herrn Schlegel der auch noch mal 25 Euro raushaut mit dem Hashtag HippiePura Ihr seid verrückt Ihr seid verrückt aber vielen vielen Dank auch an dich dafür auch hier noch mal Kurze Unterbrechung für ein Herzchen für den Herrn Schlegel und auch eine Brofist für dich Dankeschön dafür Sollte ich aber mal so langsam wissen wo es hier weiter geht oder Hashtag HippiePura Richtig schön heute hier kleiner als drei Kleiner als drei Hashtag kleiner als drei Hashtag kleiner als drei Auch für dich in die Kommentare Komm jetzt poste ich auch mal kurz in den Chat Dann wisst ihr kleiner als drei Zack Oh man So Ach Sind in einem Fotoladen oder so ne Okay Da hinten ging es raus Aber wir durchsuchen natürlich erstmal hier Die Fotolocation Oh Oh Zack 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 Okay Den Sprengsatz können wir noch bauen Ist ja eigentlich nicht so schlecht Also wie gesagt Ich bin mehr der Molotow Cocktail Fan Aber Sprengsatz ist ja jetzt grundsätzlich auch erstmal okay Ich frage mich ja jedes Mal wieder Wenn ich sowas hier sehe Ah ne das sind diesmal Zeichnungen ne Schau mal hängen da immer so echte Fotos Ob dann die Entwickler einfach so Fotos von zuhause mitbringen Und sagen Ey es geh mal ein dass das mit dem Spiel drin ist Ähhhh So So Zack da sind wir wieder Könnt ihr euch erinnern an diese Figur die in die Freiheit schießt Am Anfang Dann bin ich von da gekommen Oh jetzt nochmal ein paar Erlekt zwischendurch Kein gutes Zeichen eigentlich Ich rechne jetzt mal mit einer Gettnerwelle oder sowas Da ist schon einer Da drüben habt ihr gesehen Oh scheiße Ja wir machen das schon Such dir weiter Ich will keine Überraschung Keine Klicker hier in der Nähe Wäre halt die Frage ob wir die Jungs anlocken wollen Und dann versuchen Zwei oder drei Leute mit dem Mit dem mit den Bomben zu killen Ich tue ja was Ich tue ja was Ich tue ja was Ich tue ja was Scheiße hat nur einen zerwissen Scheiße die haben sich ja auch getrennt ey Scheiße und die liefen gerade noch so schön nebeneinander her ne Wir machen kein Risiko Der andere ist da Also für euch da Ist der Spiegel verkehrt ne Scheiße Ich hätte ja viel mehr mit den Bomben zerreißen sollen ey Da ist er Scheiße Boah Sind wir ehrlich tot ist tot Und sind wir mal ehrlich Wer mit Elli Sich anlegt Bekommt es halt mit Herrn Sirius zu tun Ich hätte gerne Mehr Leute gleichzeitig mit den Nagelbomben weggerissen Also hier mit diesen Sprengfallen die ich gelegt habe Ich habe das genauso gemacht oder Ich habe auf Elli aufgepasst Bis zum geht nicht mehr Danke an dich dafür Danke Dankeschön Warte sind ja immer da oder sind nur drei stück Pass auf Elli auf Ich hatte nicht mit so viel Gegner gerechnet Weil ich ehrlich bin Zu Not könnten wir natürlich auch mal Ich hole mir erst den Typ hinten links Bis ich dich sehe Wie jetzt oder nicht Wie jetzt oder nicht Ich bin ja schon dabei Wir töten alle Elli wie immer Ich habe nicht mehr Aber ich bin ja erledigt Ich habe ja auch mal Schiss Schiss Oh Oh Zwischensequenz Nein Wo Niin Oh War ich jetzt zu langsam oder was? Ich wusste nicht, dass es hier ein Zeitlimit oder sowas gibt. Wird ja auch nicht angezeigt. Offenes Schuss, gewechselt! Wo ist der Typ von hier oben geblieben? Okay, drei Leute. Okay, drei Leute. Okay, ich wusste nicht, dass ich die Tür war, warum? Ich hab... Schp! Killer Ellie! Wow! Fuck, ey! Schön! Du bist das? The quicksons. Nein! Nein, 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 nein! Wo kommen die denn jetzt alle her, ey? Nein, 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 nein! Oh! Wo kamen die denn jetzt bitte alle her auf einmal, ey? Meine Güte! Da ist Ellie jetzt gestorben, nach wieviel Stunden? Nach 2 Stunden 30! Gottverdamme! Mann! Jetzt muss ich mal... Jetzt muss ich mir eben... Ich fand das jetzt taktischer als eigentlich nicht so unklug, was ich gemacht habe. Aber da kam ja immer und immer mehr. Und ich hab am Anfang, hab ich glaube ich zu sehr bei diesen ersten Typen, wo ich ganz oben, wo ich diese Nagelbomben platziert hab, das hätte ich nicht machen sollen. Da hab ich mir einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen was von dieser Derben-Power von den Bomben weggenommen, die ich jetzt einfach nicht mehr habe. Oh! Unschön, oder? Ah, okay. Gewehrmutter. Bin fünnig. Mit Deckung! Da auch jeder Schuss gesessen. Glücklicherweise. Wow! Ehrlich, super Move. Sie ist hier gar nicht. Oh! Nein, 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 nein! Wo kommt die denn schon wieder her? Oh Gott, ich bin ja nur am Fliehen, ey. Dankeschön! Alter, was ist denn los mit euch? Der Sch- Schaut. Sch- Haut einfach 50 Augen raus. Dankeschön. Ich weiß heute Abend nicht, was ich sagen soll. Das Spiel ist großartig, der Chat ist großartig, mega viele Zuschauer, mega viele Späten. Danke an Sch- für 50 Euro. Danke an dich dafür. Echt mega danke, 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 danke. Wir versuchen, das jetzt noch zu einem guten Ende zu bringen, wo ihr hier mich so dermaßen supportet. Okay, Infizierte. Oh! Oh! Ah! Was denn, noch mehr? Ja, die haben sie doch nicht alle, oder? Ich hab das wirklich in der Tat noch nie zu Ende gespielt. Okay, das war gut, zwei Leute. Das ist nur noch der eine, oder? Burn, motherfucker, burn, oder was? Scheiße, hab ich Schiss gespielt, ey. Ich hab eigentlich gedacht, der schießt vorbei, der Panner. Bleibt jetzt wahrscheinlich dahinter, oder? Oh, da ist er. Okay, hat mich nicht gesehen, oder? Hat mich doch gesehen, hat mich geändert, was ja. Was denkst du? Ich bin hier. Und ich komme, um dich zu holen. Safety first, oder wo? Was meinst du? Safety first und Bogen sind voll die einen, das gleiche. Denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch für euren Freunden. Klar? Ja? Ja. 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 Mörder, Ellie. Ich hab nur zwei Pfeile. Ich hoffe, du lebst noch, Jay. Oh nein. Schwer die Tür. Hier lang. Ist das krass, oder? Das gleiche, was ich vorhin gesagt hab, mit dem Cliffhanger, passiert jetzt wieder beim nächsten Zeitsprung. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaub, fliehen ist heute angesagt. Hey, hier ist nix zu mir unterstellen. Ich glaub, hier. Ey, was, ne Knarre? Gib mir die Knarre. Glaublich ist die bessere Fahrt. Ey, was ist denn was da? Direkt hinter dir doch,oop. Die war aber Hallo wieder da. Oh. Prozent 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 S Prozent 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 der Sorte mit mir über die Knarre Prozent Prozent Darüber kommen wir raus. Ist sie hier raufgelaufen? Ich hoffe mal. Infizierte! Hinter uns sind sie auch! Hier lang! Lauf, lauf, lauf! Sie kommen immer näher! Mist! Mir nach! Nee, mach schon, glaub mir. Ellie! Alles okay, lauf weiter! Da ist ein offenes Fenster. Hör auf! Was ist das Krasse? Komm, die können nicht klössern, die können nicht klössern, die können nicht klössern, die können nicht klössern. Greife auf, ich helfe dir! Das Brücke, was gibt mir die Hände? Au! Ich glaub, das war's. Elie. Elie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Was ein Burner, oder? Was ein Burner! Ich kann zwischendurch gar nicht mehr sprechen, wenn diese Szenen laufen, aber... Oh. Mein Gott. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Ich hoffe, das ist kein Quicktime-Event. Bin quasi ein Experte. Bitte, bitte nicht. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Da vorne ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Ich bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Und das war's, meine Freunde. Mit dem Zusatz-DLC aus dem Hause Naughty Door. Zu. The Last of Us. Der Knaller, oder? War's ein Knaller. Ja. Musik Musik Joa, das ist vorbei. Krass, oder? Wie krass das ist. Ja, das wird sehr, sehr schwer sein zu toppen. Vom Spiel, aber auch für mich ganz einfach. Vom Let's Play oder vom Livestream her, das lässt sich kaum toppen. Ja, ich gucke auf den Chat. Und ich habe noch mal so ein bisschen vor und zurück gespult gerade so. Bei meinem eigenen Livestream. Das ist ja ganz schön, dass man noch mal das Erinnern gucken kann. Ich mache mal Musik leise. Ja, aus. Im Grunde genommen könnte ich jetzt dieselbe traurige Rede noch mal halten, die ich schon vor zwei, drei Tagen gehalten habe. Als wir das Hauptspiel beendet haben. Da war es ja auch irgendwie so dieses... Und ich finde jetzt halt noch mal mehr. Und wenn ihr die anderen Livestreams verfolgt habt, dann wusstet ihr auch, dass es ja darauf hinausläuft. Wahrscheinlich. Also, dass Ellie gebissen wird. Und Ellie erzählt ja auch innerhalb des Hauptspiels schon, dass ihre Freundin gestorben ist, weil sie so etwas gesagt haben wie, wir sitzen es halt einfach aus. Und ihre Freundin wäre lange tot und sie wäre noch immer da und sowas. Also, das kam diese Story, was da passiert ist, kam auch schon in dem Hauptteil vor, den wir die letzten Tage gespielt haben, wer man genau darauf geachtet hat. Oder Felix vom Gamer Channel fragt gerade nach einem Assassin's Creed Film. Ne, habe ich nicht gesehen. Ich war zu so einer Insider-Premiere von Ubisoft eingeladen, konnte aber an dem Tag leider nicht. Das war irgendwie eine Woche vorm Start. Das ist nett. Ich habe einen neuen Fan bekommen. Dankeschön dafür. Ich hätte jetzt auch gerne noch bei dem Mega-Support von eurer Seite, also wir waren die ganze Zeit unheimlich viele Zuschauer, es wurden unheimlich viele Kommentare geschrieben, es gab unheimlich viele Daumen hoch. Wenn ihr noch Bock drauf habt, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch drücken, obwohl das Spiel jetzt Raum ist und der Stream eigentlich sich dem Ende nähert. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das noch gerne machen. Donation-Support heute Abend, mega der Hammer, wo ich immer denke, was da los. Ja, und dann ist es jetzt einfach nach 2 Stunden 50 vorbei. Also, so lange haben wir jetzt gebraucht. Ich hatte so mit 3 auf 4 Stunden gerechnet, irgendwas so dazwischen. Und ja, jetzt haben wir vielleicht 2, 3,25 Stunden gebraucht, noch nicht mal. 2 Stunden 14 Minuten vielleicht. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Part 2. Jetzt kann ich theoretisch runtergehen in die Küche und Schokolade holen. Ja, das ist richtig. Ähm, da war das toll, oder? Und ich schwöre, ich hab das damals, wo ich das vor 3 Jahren gespielt hab, hab ich den DLC nicht zu Ende gespielt. Weil ich irgendwas anderes gemacht hab. Was hab ich denn verpasst? Ja, Hammer. Ähm, ich lese grad Multiplayer. Multiplayer interessiert mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das ist so. Das ist echt. Gibt's da ein Multiplayer? Ach ja, klar, kann man ja die, ähm, kann die Fraktionen spielen und kann, hab ich ja schon mal gesagt, kann man, ähm, Kill Moves und sowas machen. Ähm, ja. Aber ich muss gestehen, der Multiplayer interessiert mich irgendwie nicht. Das würde für mich, würde das, würde mehr... Jetzt muss ich mal fragen, Schlegel ist das, die Nadine Schlegel oder ist CS Schlegel nochmal jemand anders? Für 25 Euro nochmal, vielen, vielen Dank. Äh, äh. Ja, was soll ich sagen? Die Katze tanzt für dich. Wo sieht man das Herz am besten? Da sieht man das Herz am besten. Und Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich kann das nicht toppen. Und, äh, also was ich gerade sagen wollte, bevor ihr nochmal 5, 20 Euro... Danke, dass ich dieses Meisterwerk nochmal mit dir genießen konnte, bist der Beste. Grüße und gute Nacht. Ja, gute Nacht auch an dich. Sehe hart hier an alle, der Chat ist super gut drauf. Ja, ich finde auch, der Chat ist halt immer nett und gut drauf und so. Chat war auch heute toll. Ähm, das Ding ist so, wenn ich jetzt den Multiplayer spielen würde, das hat ja jetzt so ein ganz eigenes Feeling gehabt, das Spiel, die ganze Zeit. So eine ganz eigene Atmosphäre, dieses alleine sein, dich alleine durchschlagen, zu zweit deinem Freund helfen und sowas. Und das würde mir, glaube ich jetzt, das würde mir, ein Fraktion Multiplayer würde mir persönlich das Ding jetzt kaputt machen. Sag ich jetzt mal so. Ist jetzt leider so. Genau. Schlegelpower. Was denkst du über Fallout 4? Wäre das ein Spiel für mich? Ne, generell nicht so. Weil Fallout 4 hat ja, ähm, erstmal so, dass mit diesem Wirtschaftssystem, mit der Stadt aufbauen, das ist ja so ein bisschen kompliziert. Und ich habe mich mit Fallout 4 nicht beschäftigt, bedeutet, ähm, alle, die Fallout 4 gespielt haben, würden mir die ganze Zeit im Stream sagen, was ich zu machen habe. Und ich kann sagen, das ist extrem anstrengend. Also wenn man versucht, ein Spiel zu spielen, was man nicht beherrscht, während ich meine Haare richte, ähm, das ist halt sehr anstrengend. Das würde ich nicht, ich würde nicht versuchen, Fallout 4 zu lernen, während da 200 Leute zu gucken. The Walking Dead, das Spiel. Ähm. Ja, habe ich glaube ich sogar mal, ähm, angespielt von gemacht. Ist aber so spieltechnisch irgendwie auch nicht so meins. Spiel jetzt mal auf schwer. Theoretisch würde ich mir das sogar mittlerweile zutrauen. Also so, weil, man kennt sich jetzt ja auch mit den Gameplay-Mechaniken aus und so. Ja, aber direkt das gleiche Spiel nochmal spielen, was ja hauptsächlich, ähm, von der Atmosphäre lebt. Ne. Ah. War so Slenderman und Outlast und so und das hier mich auch generell nicht so sehr. Outlast habe ich auch mal angespielt, wo es rauskam damals, aber, ähm, Assassin's Creed Black Flag. Ähm, ist auch irgendwie ganz okay. Ich hatte ja schon mal überlegt, für mich selber war ich als Let's Play, ob ich nochmal Assassin's Creed Unity zu Ende spiele, weil ich das auch nicht zu Ende gespielt habe. Ähm. Ähm, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch mal bei einem Horror-Spiel sehen. Also generell habe ich ja gedacht oder für mich gedacht, ähm, ich spiele mal, ähm, das, ähm, erst nochmal das Resident Evil-Dingen, mal irgendwie mal an so einem Abend mit euch. Das wird wahrscheinlich furchtbar für mich sein. Aber das werde ich dann halt, ähm, auf dem PC spielen. Ähm, Watch Dogs 2 finde ich auch im, im, ähm, zum Beispiel jetzt im Livestream nicht so spannend. Für ein, ähm, für ein Let's Play ganz okay. Für ein Livestream ist das irgendwie so, naja. Streamst du morgen? Ich streame eigentlich in der Regel immer noch Skyrim nebenbei. Das wird wahrscheinlich den meisten Last of Us-Zuschauern nicht, äh, gefallen. Aber generell war ich mir ursprünglich für Skyrim eher, eher sehr bekannt. So als Skyrim 2011, 2012, in aller, sagen wir 2012, in aller Munde war. Da, ähm, deshalb habe ich da noch eine große alte Fangemeinde. Obwohl ich da im Moment auch, das habe ich jetzt so oft gemacht, da bin ich jetzt nicht mehr so scharf drauf. Muss ich gestehen. Was sind deine nächsten Projekte? Ich weiß es nicht. Ich habe noch, ähm, ich habe überlegt, ob man nochmal Tomb Raider. Tomb Raider zum Beispiel spielen will oder Uncharted 4. Finde ich alle irgendwie ganz gut. Sind natürlich nicht so derbe emotional packend. Aber, ähm, Tomb Raider finde ich ganz gut. Die letzten beiden Teile, finde ich, haben es auch durchaus verdient, nochmal gespielt zu werden, wie ich finde. Sehen auch grafisch sehr gut aus, gerade wenn es, ähm, wenn ich es vom PC spiele, obwohl ich es auch für die Playstation 4 habe. Dishonored zum Beispiel wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Also so Tomb Raider Teile oder Uncharted könnte ich mir nochmal ganz gut vorstellen. Äh. Mordos Schatten habe ich, glaube ich, auch schon mal angespielt. Joa. Also was wir als nächstes spielen, steht in der Tat einfach noch nicht so ganz fest. Was kann man denn kaufen? Äh, ähm. Wir gucken mal, was man kaufen kann. Äh. Brandheiß. Also ich besitze zum Beispiel das hier. Ach ne, besitze ich diese Collection? Ne. Was ist das? Ach, das ist das alte Spiel, ne? Oder? The Rise of the Tomb Raider. Mal blick, welches besitze ich denn? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Playstation. Wo sich denn die Spiele, die ich besitze? Neuigkeiten. Ich habe so dermaßen keine Ahnung von der Playstation, ne? Gibt es halt irgendwie sowas wie meine Spiele oder sowas? Profil? Ne, ne? Muss doch irgendwo so eine Übersicht geben mit den Spielen, die man hat, oder nicht? Also ich habe halt Uncharted 4, hätte ich halt auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass das bei vielen noch ganz gut ankommen wird. Da werde ich auch ein paar Zwischensequenzen haben, wo ich Shooter-mäßig abkotzen werde. Ähm, ja, Battlefield 1 interessiert mich auch überhaupt nicht. Fand ich am Anfang... Das habe ich gespielt auf 4K, auf dem PC. Wirklich 4K-Monitor, höchste Auflösung, bla bla bla. War ich mega geflasht. Ganz rechts bei Bibliothek. Okay, ganz rechts. Und, ähm, war ich halt mega geflasht und danach hat es mich total schnell vollkommen abgesackt. Meine Spiele. Achso, das ist ja gar nicht meine... Das ist ja die zweite Playstation 4, die ich habe. Und ich weiß nicht, beziehungsweise... Ey, ich habe auch Tomb Raider gekauft. In so einem Package. Da gab es so ein 2 für 1 und ich habe Tomb Raider dabei ausgesucht. Wo ist das hin? Das habe ich da noch nicht runtergeladen. Hat da gekauft. Ah, da, doch, kann man sehen. Assassin's Creed Syndicate, Black Ops 3, die Demo, Far Cry Primal, Dishonored, Dishonored 2, Hitman, Lego Star Wars, Resident Evil, Watch Dogs, Tomb Raider, Last of Us. YouTube. Ich habe auch YouTube gekauft. Ich besitze YouTube. Mir geht's super. Ähm, Dishonored bin ich spielerisch nicht gut. Also das, ähm, ich finde, einem muss auch immer ein Spiel liegen, damit man das zocken kann. Und, ähm... Ja. Das finde ich schwierig. Also Tomb Raider liegt mir... Lego Star Wars liegt mir auch, aber ist halt so... Das ist halt so viel so... Bluh, 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 kaputter und kaputter und bluh, 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 bluh. Far Cry Primal haben wir schon mega offen im Livestream gespielt. Ein Spiel, bei dem ich so dermaßen viel gelacht habe, habe ich 130 Parts im Let's Play zu gemacht, zu einem Spiel, was keiner an der Stelle hat. Aber wir haben, wir haben damit wirklich eine Menge Spaß gehabt, kann ich einfach sagen. Ähm, wo ist denn jetzt hier Uncharted 4? Ah, ne, Uncharted 4 besitze ich dann als, ähm, besitze ich dann als Disc, oder? Wo ist die? Wahrscheinlich habe ich die verliehen und die hat wieder irgendjemand behalten. Das ist bei mir immer so. Steht in der Tat zumindestens nicht im Schrank. Müsste ich mal suchen. Das ist bei mir, äh, wirklich, ich bin, das hat, das hatte ich, das gleiche Phänomen hatte ich doch bei, bei welchem Spiel noch? Bei Last of Us hier. Ähm, ich kaufe die Spiele dann für die Playstation und dann weiß ich, okay, ich brauche die eigentlich nicht mehr, weil ich habe die Let's Play dann durchgespielt und dann leicht die irgendwelchen Freunden und in der Regel kriege ich nie ein einziges Spiel wieder. So. In der Regel interessiert mich das auch nicht, aber wenn man so ein Spiel nochmal spielen will, ist das natürlich ärgerlich. Ah, Tomb Raider bitte. Ja, ich fand Tomb Raider auch gut. Ich fand auch beide Teile gut. Ich fand auch diesen ersten Tomb Raider gut, aber der zweite jetzt war auch richtig gut. Würde ich aber wahrscheinlich, ähm, vom PC spielen anstatt von der Playsee, was ja keinen Unterschied macht vom Inhalt. Ah, der Ronny verabschiedet, verabschiedet sich, ja. Also ich rechne mal so, falls ich einen Chartet finde. Wir kommen die auch ganz oft so. Ja. Rainbow Six Siege Battlefield 1 Titanfall 2 Bekomme die immer, wenn ich die als Presseversion bekomme, bekomme ich die halt, die Playstation-Spiele kommen immer so ohne Hülle. Die kommen halt immer so. Aber ein Chartet habe ich wirklich damals gekauft. Ich schwöre, im Mediamarkt. Ich bin einfach im Mediamarkt gegangen und habe mir das Ding gekauft. Danke, Ende. Tschüss. Ähm. So. Ich würde sagen, an der Stelle ganz einfach mal, weil wir 12 Uhr haben, ähm, ich hätte auch wirklich noch länger gestreamt, wenn's, ähm, wenn das Spiel länger gegangen wäre, da das Spiel aber jetzt dann normal aus ist, ähm, bin ich dann einfach für heute raus. Die gängigen normalen Streamer-Spiele wie Ark und Co., kann ich jetzt schon mal sagen, interessieren mich nicht die Bohne. Ich würde halt ganz gerne weiterhin, ähm, Singleplayer-Games mit Story spielen, wo ich halt selber meinen Spaß mithaben würde. So. Ich sag an der Stelle einfach, ähm, ein irres Dankeschön an den Kräven, der hier 111 Euro rausgehauen hat. Aber heute haben so viele von euch durchgedreht. Ich weiß nicht, wer sch ist. Steht das auch für Schlegel? Oder der B-52? B-52 und, ähm, Schlegel ja sowieso. Swissgate, Exxor immer. Ich muss das hier echt durchscrollen. Mario, Flanders, CoolDarkwind, Pandalf auch immer. Nothing to lose. The Sicky Pop, sogar kurz reingeschaut noch. Ähm, Flanders, B-52. Also, irre, was heute los war. Und, ähm, also auch hier. Also, irre. Muss ich ehrlich sagen, kann ich heute wieder nicht in Worten fassen. Ihr könnt gerne noch ein bisschen, ich mache jetzt den Livestream aus. Ich checke aber noch ein bisschen Chat. Das heißt, ich lese das noch mit, was ihr schreibt. Wenn ihr Bock habt, schreibt noch ein bisschen was rein. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne noch Daumen hoch drücken. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und euren Support. Wahrscheinlich gibt es morgen Abend eine Runde Skyrim. Und ansonsten sehen wir uns spätestens, ansonsten sehen wir uns spätestens Freitagabend wieder. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Wie drücke ich jetzt den Stopp-Knopf? Im Ellenbogen oder was? Geht nicht. Haut rein.